Was gibt's? Was gibt's? Ich meine, letztens waren wir in einem kleinen Büro. Ach so, nein, ich saß einfach nur vorne. Ich nutze hier so gut wie jedes Büro, wenn's frei ist. Hervorragend. Und zwar komme ich wegen einem Anliegen zu Ihnen. Ja. Ich wurde zu Ihnen geschickt. Es geht um Folgendes. Ja. Wir als Soljanka-Taxi leiden derzeit sehr unter der Kleinkriminalität. Und wir brauchen irgendeine Möglichkeit, um uns zu schützen. Scheiße, Mann. Wie heißt der Taxi? Soljanka-Taxi. Wo sitzen Sie? Im Taxi. Wie im Taxi? Bei der Taxizentrale? Ach so. Sie meinen, wo der Sitz unserer Firma ist. Verdammte Scheiße, dass Sie in einem Taxi sitzen. Wenn Sie ein Taxi fahren, ist mir doch klar, Mann. Dann hatte ich das falsch verstanden. Hier. Ja, unser Sitz ist in der Nähe vom Perestroika. Wir haben aber keinen tatsächlich festen Sitz. Ich sage es mal, unsere Taxizentrale und unser Sitz ist die Straße und dort, wo wir gebraucht werden. All right. Taxizentrale. Unsere Telefonnummer ist siebenmal. Auf der Straße. Richtig. Unsere Telefonnummer ist siebenmal die Vorwahl von Bitterchen Russland. Sieben, sieben, sieben. Sieben, sieben, sieben. Sieben, sieben. Dreimal die sieben. Habe ich nicht siebenmal die sieben an? Sie kann auch siebenmal die sieben machen. Müsste, glaube ich, auch funktionieren. Weiß ich tatsächlich nicht. Weiß ich nicht. All right. Meine Telefon ist kaputt, Mann. Okay, cool. Dreimal die sieben, Mann. Dreimal die sieben, genau. All right. Richtig. Und was für Kleinkriminalität meinen Sie, Mann? Wir haben das Problem, dass vermehrt irgendwelche Leute mit kleinen Messern zu uns ins Fahrzeug steigen und unsere Tageskassen entwenden. Oh. Und das funktioniert so nicht. Des Weiteren, mein Aufgabenbereich, um mich zu informieren, ist auch sehr schwierig, weil ich kann ihm mitteilen, dass der Herr Jeff. Wer ist Jeff? Der andere Taxi-Chef. Scheiße, Mann, ist das Ihre Konkurrenz, Mann? Das ist der, wo Sie gesagt haben, ich soll den ausspionieren. Verdammte Scheiße, Sie sollten ihn ausspionieren, nicht eine andere Firma aufmachen, Mann. Dann hatte ich auch dies falsch interpretiert. Verdammte Scheiße, Mann, jetzt haben Sie extra eine andere Firma aufgemacht, Mann. Nicht so schlimm, ich habe dafür ein paar Leute von der Straße geholt. Auf alle Fälle, dieser Herr besitzt ebenfalls ein Schießeisen. Jeff. Korrekt. Das ist aber in Amerika, Mann. Sie können doch einfach eine Knarre holen, Mann. Und da ist jetzt die Frage, mir wurde gesagt, es wäre durchweg illegal. What? Ja, ich bin ebenfalls verwirrt. Scheiße, Mann, Sie übersorgen sich eine Waffe zur Selbstverteidigung, das ist doch kein Problem, Mann. Sollten wir allerdings merken, dass Sie noch mit irgendwelchen Sachen machen, die Sie nicht machen sollen, dann knüppeln wir sie zusammen. Das wird nicht nötig sein. Na ja, das entscheiden wir. Sie wollen mich dann mit Ihrem Knüppel angreifen, wenn ich mit einer Waffe auf Sie ziele. Scheiße, Mann. Wir machen alles mit unserem Knüppel. Wir schlafen mit unserem Knüppel. Wir essen mit unserem Knüppel. Wir duschen mit unserem Knüppel. Wir machen alles mit dem Knüppel, Mann. Hervorragend. Hier. Hm. Ähm, ist Ihnen bekannt, wo man eine Selbstverteidigungs-Utensil hierher bekommt? Nein, Mann. Aber passen Sie auf, wenn Sie illegal irgendwas in den Projects machen, was Sie nicht von mir haben, dann müssen Sie sich dafür rechtfertigen, wenn es irgendwann einen Officer gibt, den das kümmert, der Sie durchsucht. Verstehen Sie, Mann? Aus dem Grund komme ich explizit zu Ihnen, um die Zusammenarbeit nicht unnötig in Gefahr zu bringen. Ja. Also Sie können mir... Ich kann Ihnen das leider nicht geben, Mann. Aber ich kann Ihnen sagen, dass wenn Sie meinen Detektives ein bisschen auf den Sack gehen, arbeiten Sie mit der Detektive-Einheit zusammen, Mann. Die kann Ihnen besser helfen. Wer ist denn die Detektive-Einheit? Die Detektive-Einheit, Mann. Ach, die, die gestern mir schon ihre kompetente Arbeit gezeigt haben, an meinem Taxi? Ich weiß nicht, was Sie am Taxi gemacht haben. Warten Sie mal, hier stehen, Mann. Verdammte Scheiße, ich habe da drüben den Meier sitzen und ich will den jetzt endlich als Spion fest in die Detektive-Einheit integrieren. Mit wem kann ich da jetzt einfach reingehen? Wer kann das von Ihnen jetzt übernehmen? Ach so, ja, dann... Wer soll das machen? Der Brasi ist eh schon auf. Brasi, wollen Sie das? Ja, ich weiß nicht, aber okay. Es geht darum, dass der Meier einfach einen festen Ansprechpartner bei der Polizei hat, mit dem er sprechen kann. Kann ich machen. Dann muss ich das nicht sein und ich muss irgendwas zu Ihnen tragen mit Informationen, alright? Cool. Ja, ohne Umwege. Cool. So, Scheiße, Meier, Mann, das ist Scheiße, Brasi. Scheiße, was geht? Cool. Das ist unsere Detektive, ein Youngster, aufsteigender Stern, Sie kennen das. Gelb, Zähne weit auseinander und so ein Scheiß. Aber ich würde sagen, Sie tauschen Ihre Telefonnummern aus und Sie stehen in direkten Kontakt und dann lassen wir Ihnen so ein paar Dinge durchgehen, wenn Sie uns mit Informationen füttern, ist das klar? Hervorragend. Also, ich halte mich an den Mann mit den Milchzähnen. Ja, genau. Ja, genau. Ja, mit coolen Haaren, mit der coolen Brille, mit der coolen Hemd. Sie geben das weiter an Canon und Canon reportet es mir. Ja. Cool. Fragen? Okay, dann raus aus meinem beschissenen Büro, Mann. Vielen Dank. Cool. Cool. Ah. Hier. Hier. Das wäre der Herr Williams, der sollte bei dem Gespräch irgendwie dabei sein. Bei welchem Gespräch? Mit dem Taxifahrer, die Taxi-Geschichte. Meier? Nein, nicht, dass ich wüsste. Aber Sie können vorne auf Herrn Meier warten, Mann. Ich habe gerade schon mit Herrn Meier gesprochen. Alles gut? Oh, ist das schon erledigt, oder was? Sehr gut. Ja, das ist klar, super. Buonasera, Capitano. Luigi, Mann. Wie geht es Ihnen? Sehr gut. Wie geht es Ihnen? Ich habe Sie lange nicht gesehen. Ich will jetzt Commander, Motherfucker. Sie wollen mich verarschen. Sie hat ja eine Beforderung. Meine Gratulation. Gestern war der Commissioner hier und hat den Bauernstandort mehr oder weniger zugemacht. Und jetzt kommt alles über Dukes. Sie sehen, hier ist die Hölle los. Ich sehe, es ist endlich der Betrieb in die Laden. Ja, kommen Sie mal hier rüber, Mann. Okay, cool. Ich hätte heute ein paar Undercover-Einsätze und hier laufen ein paar Leute rum. Ich möchte nicht, dass die mich sehen. Die, äh, die Kollegen sind es verraten. Ich habe einen gewissen Party-Shark, der sein Fahrzeug hier sucht beim PD. Over. Ich erzähle nicht so eine große Glocke. Ich muss mich auch gleich verpissen, ansonsten erkenne ich mich noch. War der erfolgreichste Undercover-Untersuchung. Ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall ein bisschen was aufgedeckt. Die ist das. Ananas. Aber wir müssen mal schauen. Ähm, Luigi, Mann. Äh, welchen Rang bekleiden Sie natürlich? Äh, si, ich bin der Cadett. Verdammte Scheiße, Mann. Wie machen Sie zum Police Officer? Oh, grazie. Okay, Luigi. Vielen Dank. Grazie. Ähm, Sie reißen sich aber zusammen. Ja? Der Commissioner war hier. Ich werde jetzt noch mehr Augen nicht mehr zudrücken, damit ich weiß, was da draußen los ist, Mann. Wenn Sie irgendwie Blödsinn machen, dann kriegen Sie von mir eine Nackenschelle und dann werden Sie jetzt lassen. Und dann geben Sie noch mal eine Nackenschelle, Mann. Einfach, weil es Spaß macht. Wie das ist, was da ist. Aber ich möchte keine Nackenschelle. Cool. Dann suchen Sie sich nicht aus, dann entscheide ich Sie. Hier mache ich auch. Nein, bitte nicht. Hier. Gibt es sonst noch was? Äh, no, ich habe nur gehört, dass gegen die Toni eine Untersuchung läuft. Verdammte Scheiße, Mann. Die Ratten versinken. Ihr habt alle beide, ihr habt zusammen ein Ding gedreht, oder? Irgendwas mit Drogenbogen? Ja, fang gut und nein, das haben wir nichts gemacht. Ja, ihr habt das nicht gemacht. Ja, alles klar, ich verstehe schon. Hört auf mit der Scheiße, Mann. Ansonsten gibt es Sackenschellen von mir. Was auch immer ihr nicht gemacht habt, hört sofort auf damit, Mann. Wie verstanden, Capitano? Äh, Kommandante. Cool. Ja? Das hört sofort auf, Mann. Ansonsten setze ich mich mit euch auseinander und dann pflücke ich euch auseinander wie so ein fucking Nadenbrot, Mann. Oh, ja, keine... Was für ein Brot? Nadenbrot. Dieses köstliche, flache Fladenbrot, Mann. Ah, sieh, diese... Ja. Köstlich. Köstlich. Alright. Cool. Äh, äh, grazie. Alles klar. Das werden wir Geld tun und dann auf die Streife gehen. Ja. Was geht's mir? Wegen die Hibiskus, aber das... Warte, warte. Cool. Lag da Blut? Nee, das stand da. Oh Gott. Aber teile ne... Ach nee, ich muss das mal... Gut. Okay. Sure. Ich muss die Brille mal ausziehen. Dann fahre ich nicht so auf. Ja, ich mache jetzt Feierabend. Das war ich mir für heute. Ich will nicht so lange. Ich bin gestern schon wieder ausgerastet. Außerdem habe ich Hunger. Was ist denn Spülberg? So, bitte schön. Spülberg, danke schön. Ja, halt. Ich mache Feierabend. Wir sehen uns morgen. Machen wir so. Machen wir so. So, ich parke das Auto jetzt noch bei der Garage am Medical Center ein. Ich glaube, da steht das sicherer, als wenn das hier unten vor der Tür steht. So, ich bin jetzt hier unten vor der Tür, als wenn das hier unten vor der Tür steht. You got the bite? Sir. And we said everything will happen, and we knew we'd never fail, we would never die, I want to forget myself again, so that everything can happen, will you please call me by my name, and tell me little lies. We will never die, we will never die, we will never die. Oh mein Gott, gut, dass ich die Brille abgenommen habe, holy shit. Anderes Shirt, andere Schuhe. Oh Gott. Es lohnt sich immer noch. Vielen Dank für die Subs und Resubs, Chad. Vielen Dank. Ja und wegen solchen Undercover-Momenten beispielsweise, weil du dann einfach auch Spieler triffst, die mit sowas umgehen können. Weißt du, nicht irgendwelche Dudes, die dir auf den Sack gehen und sagen, das bist aber du, Lenz. So, sondern das ist hier halt ein bisschen anders, zum Glück. Und das ist hier halt ein bisschen anders. Du 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 Hey Pentechno, brauchst du dir ein Taxi? Verdammte Scheiße, nein man. Okay. Cool. Adios. Fuck. Digga, was? Das war knapp. Alter, es hat sich schon bezahlt. Hat gemacht, einfach mein Outfit zu wechseln. Gott sei Dank gibt es jetzt dieses Klamotten-Inventar-System, ansonsten wäre sowas nicht möglich. Ansonsten müsstest du dir halt irgendwo immer was holen. Ja, du musst immer zum Klamottenladen und dich immer da umziehen, aber mit dem Inventar-System hast du das alles dabei, Gott sei Dank. So, Chat. Chat.